Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und heute machen wir weiter mit Vektoren. Im letzten Video habe ich ja eine kleine Einführung in das Thema Vektoren gegeben. Da habe ich mal sehr theoretisch über das ganze Thema gesprochen und dir allgemein einfach nur eine kleine Einführung gegeben. Und in diesem Video möchte ich dir jetzt mal zeigen, wie man Vektoren in Godot wirklich praktisch einsetzen kann. Das Ganze gilt natürlich auch für Game Engines wie Unity 3D. Ich möchte das jetzt aber zeigen in der Game Engine Godot, weil damit arbeiten wir ja gerade auf diesem Kanal auch und deswegen ist das glaube ich am besten, wenn ich das so mache. Ich werde dir also einfach mal ein paar Anwendungsbeispiele für Vektoren zeigen, die hier zeigen, wie man die Vektoren auch in Godot einsetzt. Man muss ja in Godot nicht, wie im letzten Video, wo ich das Ganze theoretisch erklärt habe, selber rechnen. Das macht ja der Computer für einen. Hier in Godot muss man lediglich wissen, wie man die Funktionen aufruft, die diese verschiedenen Rechnungen für einen machen. Und ja, das ist eigentlich alles, was wir jetzt in diesem Video mal machen werden. Wir werden uns also einfach mal ein paar Beispiele angucken, wie Vektoren hier eingesetzt werden können. Was haben wir hier also? Das ist mal das erste Beispiel. Ich habe hier jetzt einen einfachen Node, einen Kinematic Body 2D mit einem Sprite und einer Collision Shape und diesen Kinematic Body 2D kann man bewegen. Das heißt, wenn ich das Spiel mal starte, dann sehen wir, dass dieser Kinematic Body 2D hier in der Mitte ist und wenn ich jetzt die Pfeiltaste nach links drücke, dann bewegt sich dieses Objekt nach links und wenn ich die Pfeiltaste nach rechts drücke, dann bewegt sich das Objekt nach rechts. Das heißt, man kann das Ganze bewegen. Und das haben wir umgesetzt mit Vektoren. Und wie das aussieht im Code, das möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen. Wir schließen das Ganze mal und dann zeige ich dir mal den Code. Das ist der Code. So, was haben wir hier? Wir haben hier erstmal eine Variable namens Movement. Und diese Variable Movement, die ist ein Vektor 2. Und anfangs bekommt die den Wert 0,0. Das heißt, Movement ist ein Vektor 2, also ein ganz einfacher zweidimensionaler Vektor, der unsere Bewegung später im Endeffekt darstellen wird. Wir haben hier einen Vektor 2 mit dem Wert 0,0 und den werden wir dann im Endeffekt auch verändern, wenn wir die Pfeiltasten drücken. Dann haben wir hier eine Variable namens Speed. Das ist die Geschwindigkeit in Pixeln pro Sekunde, die man sich dann bewegen wird. Und diese Variable werden wir dann benutzen, um diesen Movement Vektor, den wir hier oben erstellt haben, auch im Endeffekt zu verändern. Und ja, das zeige ich dir jetzt mal hier unten. Wir haben hier die Funktion Physics Process. Und in dieser Funktion haben wir hier eine ganz einfache Eingabeabfrage. Wir fragen hier zuerst mal, ob man die Taste rechts drückt, also ob man die rechte Pfeiltaste drückt mit Input is action just pressed UI right. Und wenn man das drückt, also wenn diese Taste gedrückt wird, dann wird der Movement Vektor verändert. Dann sagen wir, okay, Movement ist jetzt ein Vektor 2 mit Speed auf der x-Achse und 0 auf der y-Achse. Speed ist der Wert 150, wie man hier sieht. Und dementsprechend zeigt dieser Vektor in die Richtung nach rechts, also hier 150 Pixel nach rechts und 0 Pixel auf der y-Achse. Also er zeigt ganz gerade einfach nur 150 Pixel nach rechts. Und das ist dann unser Movement. Das heißt hier, dieser Movement Vektor ist im Grunde eine Verschiebung im Raum von 150 Pixel nach rechts. Und wenn wir jetzt hier unten angelangen, also wenn wir hier durch diese Eingabeabfragen durchkommen, dann sagen wir Move and Collide, Movement mal Delta. Was passiert jetzt hier? Die Move and Collide Funktion wird dazu benutzt, um ein Objekt zu bewegen. Und dabei wird ganz einfach gesagt, dieser Movement Vektor, den wir hier mitgeben, mit unserer aktuellen Position addiert, das heißt, beziehungsweise darauf addiert. Das heißt, zu unserer aktuellen Position in unserem Raum, die ja auch ein Vektor 2 ist, weil es eine x- und eine y-Koordinate gibt, diese Position, dieser Vektor wird summiert mit diesem Movement Vektor. Das heißt, der wird drauf gerechnet. Und dementsprechend entsteht ja eine neue Position. Und diese neue Position, da befindet sich dann der Spieler. Also da bewegt er sich dann hin. Dieses mal Delta, das habe ich hier aus dem Grund hingeschrieben, dass wenn wir das nicht schreiben würden, weil wenn man das mal Delta weglassen würde, dann würde es ja heißen, jeden Physics Step soll unser Objekt sich hier mit dem Movement Vektor bewegen. Also 150 Pixel nach rechts, zum Beispiel jeden Physics Step. Wir wollen aber, dass man sich jede Sekunde um 150 Pixel nach rechts verschiebt. Das heißt, nicht jeden Step, sondern jede Sekunde. Wenn wir das weglassen würden, dann wirst du hier sehen, ich kann das ja einfach mal wegmachen, dann wirst du sehen, dass man sich einfach viel zu schnell wegbewegt. So, ich drücke jetzt eine Taste und du siehst, das geht viel zu schnell. Und wenn man das Ganze hier mit diesem mal Delta multipliziert, dann wird das Ganze auf die Sekunde gebracht, also 150 Pixel die Sekunde. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier eine andere Abfrage noch. Wenn man die linke Taste drückt, also die linke Pfeiltaste, dann wird unser Movement Vektor so verändert, dass der eine Verschiebung von 150 Pixel nach links darstellt, also Minus Speed. Und auf der Y-Koordinate natürlich wieder 0. Das heißt, dann bewegt man sich nach links. Und hier habe ich noch eine weitere Abfrage reingebaut, wenn man hier jetzt die Tasten loslässt. Wenn man eine dieser beiden Tasten loslässt, also hier UI Right oder UI Left, dann ist der Movement Vektor 0,0, sodass man sich wieder nicht bewegt, weil das hier wird ja jeden Step ausgeführt und dementsprechend bewegt man sich immer nach diesem Movement Vektor. Deswegen muss man den auch wieder resetten, also auf 0 bringen, wenn man sich bewegt hat. Beziehungsweise wenn man hier die Tasten losgelassen hat. Und ja, das ist mal ein sehr einfaches Beispiel für Bewegung. Aber das ist natürlich nicht alles, was man machen kann. Kommen wir also direkt zum nächsten Beispiel. Beispiel Nummer 2 sieht folgendermaßen aus. Ich kann das Ganze ja einfach mal starten, damit man es auch sieht. Und zwar haben wir hier jetzt unsere Spielfigur. Und diese Spielfigur bewegt sich immer in die Richtung von der Maus, wie man hier sieht. Das heißt immer dahin, wo ich die Maus hinbewege, da bewegt sich auch diese Spielfigur hin. Und im Grunde ist das Ganze gar nicht schwer. Wir müssen hierfür lediglich einen Vektor von einem anderen Vektor subtrahieren. Weil wir haben ja gelernt, im letzten Video schon, dass man einen neuen Vektor erstellen kann, der von einem Punkt zu einem anderen Punkt zeigt, indem man den Zielpunkt nimmt und davon einfach den Ursprungspunkt abzieht. Also den Ursprungsvektor. Und ja, das war die sogenannte Vektor-Subtraktion. Und dieses Feature, beziehungsweise dieses Konzept, das werden wir jetzt mal hier für dieses Beispiel benutzen. Außerdem wirst du ein ganz neues Konzept kennenlernen, und zwar die sogenannte Normalisierung. Und was das bedeutet, das werde ich dir jetzt einfach mal zeigen. So, wir haben hier noch denselben Aufbau für diese Szene. Und wir gehen jetzt einfach wieder in den Code rein und machen den mal in den Vollbildmodus. Ich kann hier auch ein bisschen ranzoomen, dann sieht man das besser. Wir haben hier wieder einen Vektor 2, der den Wert 0,0 hat. Und der steckt in der Variable Movement drin. Movement wird wieder unser Bewegungsvektor sein. Und ja, den werden wir jeden Physics-Step dann später aktualisieren. Dann haben wir hier noch die Variable Speed. Und die ist auch wieder auf 150. Das ist einfach die Geschwindigkeit, mit der sich unser Objekt bewegen soll. So, und jetzt haben wir hier diese Physics-Process-Funktion. Und in dieser Physics-Process-Funktion befinden sich lediglich drei Zeilen Code. Und hier einmal diese Move-and-Collide-Funktion, mit der wir dann den Movement-Vektor auf unsere aktuelle Position addieren, damit man sich dann auch bewegt. Und den multiplizieren wir wieder mit Delta, damit man sich pro Sekunde um 150 Pixel verschiebt und nicht jeden Physics-Step. Und dann haben wir hier zwei ganz besondere Sachen. Und zwar, wir sagen jeden Physics-Step, dass Movement ein Vektor ist, der folgendermaßen aufgebaut ist. Wir haben hier mit Get Global Mouse Position, bekommen wir unsere Position von der Maus. Also die Position, an der sich der Mauszeiger aktuell im Raum befindet. Das ist auch ein Vektor 2. Das ist also der Zielpunkt. Und von diesem Zielpunkt ziehen wir einfach die aktuelle Position des Spielers ab. Das heißt, wir sagen, Zielpunkt minus dem Ursprungspunkt ergibt dann den neuen Punkt. Das heißt, Movement ist jetzt ein Vektor, der von unserer aktuellen Position dieser Spielfigur aus auf diese Mausposition zeigt. So, jetzt ist hier allerdings ein Problem. Je nachdem, wie weit die Maus von diesem Objekt, von diesem Spielobjekt entfernt ist, ist der Vektor natürlich länger oder kürzer. Und dementsprechend ist auch die Geschwindigkeit von diesem Objekt, wenn wir einfach nur diesen Movement-Vektor so belassen, in dem Fall, immer anders. Je nachdem, wie weit man entfernt ist von der Maus. Das heißt, wenn die Maus weit entfernt ist, dann ist das Objekt schneller und bewegt sich viel, viel schneller in die Richtung von der Maus, als wenn man jetzt weniger weit davon entfernt ist. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass sich dieses Objekt immer in einer konstanten Geschwindigkeit bewegt. Und das erreichen wir mit der Vektornormalisierung. Ein normalisierter Vektor, den nennt man auch Unit-Vektor, ich nenne es auch gerne Richtungsvektor, ist im Grunde einfach nur ein Vektor, der in eine Richtung zeigt und eine Länge von ganz genau 1 hat. Ein normalisierter Vektor ist also einfach ein Vektor, der eine Länge von 1 hat und diesen Vektor kann man dann je nach Belieben skalieren. Das heißt, wir haben hier jetzt unseren Movement-Vektor und wir sagen, dass dieser Movement-Vektor jetzt ein neuer Vektor wird und zwar der aktuelle Movement-Vektor normalisiert. Normalized ist eine Funktion aus der Vektor-2-Klasse, damit kann man den Vektor normalisieren. Das heißt, wir fügen den normalisierten Vektor jetzt in diesen alten Movement-Vektor rein und diesen skalieren wir mit Speed. Speed ist ein Skalar. Hier lernen wir gleich noch eine neue Sache und zwar die Multiplikation mit einem Skalar. Ein Skalar, das klingt brutal und kompliziert, ist es aber im Grunde gar nicht. Ein Skalar ist einfach nur ein einfacher Wert, den man auf einen Vektor multipliziert. Damit kann man einen Vektor länger oder kürzer skalieren. Und ja, indem wir jetzt einfach hier sagen, unser Vektor mit einer Länge von 1 mal Speed, damit erreichen wir sozusagen, dass unser Vektor jetzt die Länge von Speed bekommt. Weil der hat ja eine Länge von 1 und wenn wir jetzt Speed damit multiplizieren, dann haben wir eine Länge von Speed. Weil 1 mal Speed ist Speed. Das heißt, der Vektor hat jetzt eine Länge von 150. Und ja, diesen neuen Movement-Vektor benutzen wir dann für die Bewegung. Das heißt, wir sagen dann Movement mal Delta. Und so funktioniert das. Das heißt, gehen wir das nochmal durch. Wir haben hier unseren Movement-Vektor für die Bewegung und eine Geschwindigkeit von 150. Der Movement-Vektor ist im Grunde einfach nur die Mausposition, der Vektor der Mausposition minus dem Vektor der aktuellen Position unserer Spielfigur. Und dann normalisieren wir diesen Vektor, damit wir eine gewünschte Länge für diesen Vektor bekommen. Das heißt, wir sagen Movement ist Movement.Normalized, um diesen Vektor einfach auf eine Länge von 0 runter zu skalieren. Nicht von 0, von 1 meine ich runter zu skalieren. Und diesen Vektor multiplizieren wir dann mit Speed, damit wir einen Vektor haben, der so lang ist wie der Wert Speed. Und ja, dann haben wir eine konstante Geschwindigkeit. Und das sieht dann wie folgt aus. Der Spieler bewegt sich zur Maus hin. Das heißt, du hast in diesem Video gleich zwei neue Konzepte kennengelernt. Du hast gelernt, wie man einen Vektor normalisiert. Du weißt jetzt, was ein normalisierter Vektor ist. Im Grunde einfach nur einen Vektor mit einer Länge von 1, der in eine gewünschte Richtung zeigt. Und du hast gelernt, wie man einen Vektor skaliert, indem man einfach nur dieses Multiplikationszeichen benutzt. Und ja, dann einen Skalar darauf multipliziert. Und das ist im Grunde alles. Damit kann man einen Vektor skalieren und dementsprechend größer oder kleiner machen. Und das ist im Grunde sehr cool. Ja, das waren jetzt einfach mal ein paar Beispiele im Code. Ich hoffe, du hast das Ganze verstanden. Wenn nicht, dann schau dir am besten nochmal das vorherige Video über Vektoren an, wo ich das Ganze nochmal so ein bisschen in der Theorie erkläre. Und ja, in diesem Sinne war es das dann auch wieder mit diesem Video. Falls dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, um nichts mehr zu verpassen. So sehe ich, dass der Kanal wächst und du bekommst die neuesten Videos immer direkt in die Abo-Box. Übrigens, falls du uns unterstützen möchtest und gleichzeitig etwas dabei lernen willst, dann kannst du uns auch auf unserer Website besuchen, www.programmieren-starten.de. Und auf dieser Website gibt es Videokurse, sehr, sehr große Videokurse zu den unterschiedlichsten Programmiersprachen. Und ja, da kann man uns mit unterstützen und gleichzeitig auch eine Menge lernen. Diese Kurse sind wirklich sehr, sehr groß und da kann man wirklich sehr viel Wissen mitnehmen. In diesem Sinne war es das dann aber mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wieder. Auf Wiedersehen.